Untertitelung des ZDF, 2020 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 Malum, du kannst ja Kleidung tauschen, aber jedem dieser ist immer noch stumm Warte, ich mach dich ja rückgängig Lass mich mal Hey, du kannst ja Feuer machen, sei bloß vorsichtig damit Okay, mach ich Jetzt bin ich dran Hey Emil, das wollte ich auch gerade sagen Was denn, Emil, der hat gar nichts gesagt Ach so, ich kann eure Gedanken lesen Komm, lasst uns aufbrechen, einen guten Schlafplatz suchen Ich will nicht in einer Zauberhütte schlafen Gute Idee, lasst uns gehen Hilfe! Eine Lichtung! Lasst uns Feuer machen, wir müssen Holz holen Okay... Okay... Ich mach jetzt Feuer Ich mach jetzt Feuer. Wir können morgen weiterziehen, sonst hilft mir schon den Weg nach Hause. Emil, nein! Emil, nein! Nein! Wo ist Emil? Ich habe geträumt, dass Emil von einem Wolf entspürt wurde. Wir müssen ihn suchen. Vielleicht ist es ja ein Würfelskreis passiert. Wir müssen drüber klettern. Was sind diese Spuren? Können sie von einem dicken Wildschirm sein? Die haben so dicke Spuren. Nein, von einem Wolf. Nie von einem Werwolf. Wir müssen hier aufhören. Achtung! Achtung! Oh mein Gott! Nein! Hey, Tora auch? Was machen wir jetzt? Ich will euch nichts tun. Ich bin ein Magier und hab mir den Werwolf beschworen. Helft mir! Unter den Zetteln ist ein Befreiungsspruch. Leute, der Wolf ist ein Mensch. Wir müssen einen Gegenzauber suchen. Ich habe hier ein paar Beine. Den Berlin. Ich habe ihn. Hier. Der ist es. Totenschüssel. Ich glaube, damit wird die Magie aufgerufen. Und damit wird auch der Zauberer befreit. Diese Banese! Es hat funktioniert. Ich danke euch. Kommt, ich zeige euch eure Freunde. Oh, guck mal, da ist es gut. Werious? Ja! Da! Da, die schädelte. Das第, dasicher Naturs am Ferrari. Untertitelung des ZDF, 2020